Man kennt es, man möchte kurz etwas verschrauben, doch dann... Ah, Mist, das Holz reißt. Aber das muss nicht sein. Schnapp dir einfach einen Hammer und hau die Spitze deiner Schraube platt. Wenn du die Schraube dann reindrehst, reißt dein Holz nicht mehr aus. Das ist also ein super Hack, um sich das Vorbohren zu sparen. Mega, oder?